Willkommen bei Jungheinrich, eine faszinierende Welt der Intralogistik voller Innovationen. Ich halte das mal kurz an für Sie. Hier erklärt Hannah gerade, dass Jungheinrich der Pionier in der Elektromobilität und der führende Anbieter für Lithium-Ionen-Lösung im Hochleistungssegment ist. Jungheinrich unterstützt außerdem nachhaltige Technologien, wie die vertikale Landwirtschaft, und Sie entwickeln energieeffiziente Produkte wie das Regalbediengerät Miniload, das Bremsenergie speichert und wiederverwendet. Und hier wird die Zukunft der Intralogistik Wirklichkeit. Stellen Sie sich mal energieautarke Lager mit vollautomatisierten Lösungen vor. Das ist die Zukunft. Und jetzt zurück an die Arbeit. Okay, wer hat den Schlüssel?